Der Fiat 500 von 2007 ist ein Pkw-Modell des italienischen Automobilherstellers Fiat. Er wird der sogenannten Kleinstwagenklasse zugerechnet, obwohl er deutlich größer ist als ein stilistisches Vorbild. Der von 1957 bis 1977 hergestellte Fiat Nuova 500. 2004 wurde auf dem Genfer Autosalon eine Retro-Design-Studie namens Fiat Treppionaut vorgestellt. Am 4. Juli 2007, 50 Jahre nach Vorstellung des Nuova 500, präsentierte Fiat den Wagen offiziell. Der Verkauf in Deutschland startete am 27. Oktober 2007. In der Modellhistorie von Fiat ist der neue 500 der direkte Nachfolger des Saicento. Im Gegensatz zu seinen als günstige Einstiegsmodelle geltenden Vorgängern soll der 500 als Lifestyle-Produkt nach Vorbild des Mini gelten. Technisch teilt sich der 500 viele Komponenten, die Motoren und die Bodengruppe mit dem Panda. Die Preise des Fiat 500 von 10.500 bis 14.500 Euro liegen etwa 1.500 Euro über den des Panda. Am 19. November 2007 wurde der neue Fiat 500 zum Auto des Jahres 2008 gewählt. Ende 2013 brachte Fiat eine sportlich Anmutende-Version namens 500S auf den Markt. Entwicklung Der Fiat Treppiono wurde als Design-Grundlage für das Serienmodell auf dem Genfer Autosalon 2004 vorgestellt. Auf einer Außenlänge von 3.30 Meter erinnerte das Retro-Design ohne Kühlergrill und mit Rundscheinwerfern und dem steil abfallenden Heck an den alten Fiat 500 Nuova mit Fallschiebedach Weitere Eigenschaften der technisch mit dem Fiat Panda verwandten Studie waren große Leichtmetallräder. Ein weiß-roter Innenraum mit zentralem LC-Informations-Display und ein besonderes Sitzkonzept. In Normalstellung gibt es einen 2 plus 2 Sitzer mit hinteren umlegbaren Nutzsitzen. Klappt der Beifahrer die Armaturenblende vor sich weg und rutscht nach vorne, entsteht hinter ihm ein Sitzplatz mit genügend Beinfreiheit. Es entsteht ein 3 plus 1 Sitzer, daher auch der Name der Konzeptstudie Treppiono. Die platzsparenden Sitze aus zwei unterschiedlich harten Schichten Polyurethan sind besonders dünn und sollen dennoch genügend Komfort bieten. Das Retro-Design war seit den 1990er Jahren von verschiedenen Herstellern mit unterschiedlichem Erfolg angewandt worden. Darunter Wagen wie der VW New Beetle, der Nissan Figaro und der Chrysler PT Cruiser. Direkter Konkurrent des 500 ist der seit dem Jahr 2001 produzierte Mini, der ebenfalls eine Neuinterpretation eines historischen Kleinwagens ist. Zu Kommunikations- und Werbezwecken sicherte sich das Herstellerwerk, die Domains fiat500.de und fiat500.com schon vor der Markeinführung. Dort hatte nun jeder die Möglichkeit, die Optik und Ausstattung des künftigen Serienmodells zu beeinflussen. Dieses Vorgehen ist einmalig, sagte Markenvorstand Luca Cordro di Montesimulus zum ersten Mal in der Geschichte von Fiat. Vielleicht sogar der gesamten Automobilindustrie, wird ein neues Auto unter aktiver Mitarbeit der Öffentlichkeit entwickelt. Zusätzlich ließ sich aus einer Reihe vorgegebener Ausstattungsdetails der individuelle Fiat 500 zusammenstellen. Auch diese Beiträge nehmen Einfluss auf die zukünftige Serienproduktion, versprach der Hersteller. Nach einer von der Designabnahme bis zum Serienanlauf verhältnismäßig kurzen Entwicklungszeit von 18 Monaten wird der neue Fiat 500 im Fiat-Werk. Tüchi gebaut, anfangs war eine jährliche Produktion von 120.000 Exemplaren geplant. Das Fahrzeug sollte zunächst am 15. September 2007 erscheinen. Dieses Datum wurde auf den 4. Juli 2007, also exakt auf den 50. Jahrestag der Vorstellung des Nurwa 500, vorgezogen. Wegen der hohen Nachfrage kam es bei der Auslieferung des Fiat 500 an die Kunden teilweise zu Wartezeiten von bis zu acht Monaten. Im Februar 2008 gab Fiat bekannt, die Produktion auf 190.000 Exemplare jährlich zu erhöhen. Die Einheiten für den amerikanischen Kontinent werden seit 2012 im Werk der Chrysler de Mexico bei Toluca gebaut. Seit Oktober 2012 wird auch der Fiat 500 L angeboten, ein Minivan mit Design-Elementen des Fiat 500, jedoch auf Basis des Fiat Punto. Technik Der Fiat 500 des Modelljahres 2007-2008 deteilt sich eine technische Plattform mit dem Fiat Panda. Weshalb viele Bauteile des Panda im 500 eingesetzt werden, in einigen Bereichen musste die Technik jedoch abgeändert werden. Wegen der kurzen Überhänge, der großen Räder und der nach oben eingezogenen Seitenfenster bekam der Wagen einen neuen Vorderbau mit nach hinten versetzten Kühler. Eine Besonderheit ist das Start-Stop-System, das in Verbindung mit weiteren Maßnahmen den Verbrauch um drei bis zehn Prozent senken soll. Motoren und Getriebe 5-Gang-Schaltgetriebe Duole G-Calp-Automatik Einstufiges Untersetzungsgetriebe beim 500t 70 Kilowatt nur mit Start-Stop-Automatik Drehmomentswerte in Klammer sind im Sportmodus Punkt, 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 Punkt Sicherheit und Fahrverhalten Neben sechs Airbags sorgen ein Knie-Airbag für den Fahrer, Aufprallenergie absorbierende Verstärkungen und ein verbesserter Fußgängerschutz für bestmögliche Sicherheit. Gegenüber dem Panda erhielt der 500 eine breitere Spur, größere Stabilisatoren, ein neu abgestimmtes Fahrwerk sowie ein aktuelles Anti-Blockier-System und elektronische Stabilitätsprogramm mit Bremsassistent. Um ein sicheres Fahrverhalten bei gleichzeitig hoher Agilität und Komfort zu gewährleisten. Der Bremsweg liegt laut Fiat bei etwa 38 Metern, wenn vorne und hinten Scheibenbremsen eingebaut sind. Der Fiat 500 hat beim Euro NCAP Crash Test fünf Sterne erzielt. Damit ist er das erste Fahrzeug aus dem A-Segment, das diese Höchstwertung erreichte. Kindersitze lassen sich auf den beiden Rücksitzen sicher befestigen. Dort sind auch Isofix-Halterungen vorhanden. Auf dem Beifahrersitz sind rückwärts gerichtete Kindersitze erlaubt, wenn der Beifahrer-Airbag über den Bordcomputer deaktiviert wird. Design Gestalterisch basiert der Fiat 500 weitestgehend auf der Studie Treppiono. Das Lieferprogramm des Serienmodells bietet eine große Bandbreite an verschiedenen Ausstattungsmerkmalen, darunter verschiedene Außenlackierungen, Stoffe, Oberflächen, Aufkleber und viele weitere Extras. Bis zu 549.000 verschiedene Kombinationen sind möglich, die eine große Individualisierung erlauben. Exterieur Das Außendesign des Serienmodells orientiert sich allgemein an dem alten Fiat 500, es handelt sich jedoch um eine sehr freie und moderne Interpretation. So zum Beispiel die runden Doppelscheinwerfer, das steil abfallende Heck, die Chromstoßfänger, der rundum laufende Gürtel und die schmalen Heckleuchten. Auch das Faltverdeck der historischen Modelle gibt es seit 2009 beim Cabriolet Fiat 500 C. Für die Limousine werden gegen Aufpreisers Skydome genannte elektrisch zu öffnende Glasdach und ein nicht zu öffnendes Panorama-Glasdach angeboten. Innenraum im Interieur setzt sich die Gestaltung, die an den 50 Jahre alten Vorgänger erinnern soll, in vielen Details fort. Am auffälligsten sind das in Wagenfarbe lackierte Armaturenbrett und das runde Zentralinstrument. Hinzu kommen einige Bedienknöpfe, die an den Uran erinnern, sowie die verkromten Türgriffe. Die zweifarbigen Sitze der Pop-Ausstattung erinnern ebenfalls an jene des Vorgängers. Die Möglichkeit, Lenkrad- und Bedienungseinheiten Elfenbeinfarben zu bestellen, ist ebenfalls eine Anlehnung an den historischen Fiat 500. Als moderner Kleinwagen hat der neue Fiat 500 Frontantrieb und den Motor vorne. Damit weicht er vom Heckhaar getriebenen Vorbild ab, bietet aber einen klassenüblichen Kofferraum. Er fasst, je nach Stellung der Rücksitze, 185 bis 610 Liter. Ausstattungen Seit dem Verkaufsstart stehen drei verschiedene Ausstattungslinien zur Verfügung. Die Basisversion Pop, die besser ausgestattete Lounge-Linie und das Modell Sport. In der Grundausstattung sind Servolenkung, 7 Airbags, elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung und CD-Radio serienmäßig. In Lounge kommen eine Klimaanlage, Alu-Räder und das Panorama-Glasdach hinzu. Das Ausstattungspaket Sport enthält einen kleinen Heck-Spoiler, Seitenschweller-Verbreiterungen, geänderte Front- und Heckstoßfänger mit Lufteinlässen. Ein verkromtes aus Puffentrohr, getönte hintere Scheiben und Zierleisten. Zu den Extras gehören eine Abdeckplane im Stil des Sui Cinquecento und ein Parfüm-Zerstäuber mit verschiedenen Duftnoten nach Art des Citroën C4. Auf einigen europäischen Märkten gibt es außerdem noch das Grundmodell unterhalb der Basis, genannt Naked. Weitere Modelle Caprio-Limousine Neben der dreitürigen Steilheck-Limousine gibt es den 500 seit 2009 auch als Caprio-Limousine unter dem Namen 500C mit einem großen Falschiebedach, das bis an die Unterkante der Heckscheibe reicht. Dieses Falschiebedach ist in den Farben Elfenbein, Rot und Schwarz erhältlich. Jedoch sind einige Farbkombinationen von Lack und Dachfarbe nicht möglich. 500 bei Diesel Im September 2008 kam das Sondermodell bei Diesel auf den Markt, das zusammen mit dem italienischen Modelabel Diesel entworfen wurde. Die auf 10.000 Exemplare limitierte Edition war zunächst nur in drei verschiedenen Farben, zwei davon exklusiv für den 500 bei Diesel erhältlich. Diese drei Farben sind Dieselgrün, Dieselbronze und Crossover-Schwarz. Die Motorvarianten sind identisch mit denen des normalen Fiat 500. Im Januar 2010 wurde auf der Berliner Fashion-Show Bread & Amp Butter eine Aktualisierung des 500 bei Diesel vorgestellt. Die zusätzlich zum nun erhältlichen 70 kW Dieselmotor auch eine neue Farbe mit der Bezeichnung Midnight Indigo Blue zur Auswahl stellt. Punkt. 500 bei Gucci Seit 2011 gibt es das Sondermodell bei Gucci. Anlässlich des 150. Geburtstags der Italienischen Republik und des 90-jährigen Bestehens der Modemarke Gucci entstand dieses Sondermodell. Der 500 bei Gucci steht in Schwarz und Weiß zur Wahl. Die Seitenteile tragen Streifen in den Farben Grün-Rot-Grün. Die Radkappen tragen die beiden verschlungenen Buchstaben G der Modemarke in der Mitte. Auch der Schaltknauf trägt das Gucci-Logo. Die Sitze sind mit dem typischen Gucci-Sima-Druck versehen und die Gurte sind Grün-Rot-Grün. Den 500 bei Gucci gibt es als Limousine und als Cabrio. Beide Modelle werden mit 4-Zylinder-Otto-Motoren mit 1,2 Liter Hubraum und 8 Ventilen 1,4 Liter und 16 Ventilen oder mit 2-Zylinder-Twin-Air-Otto-Motor angeboten. Abart als Spitzenmodell gibt es von Abart veredelte Versionen. Seit Anfang 2008 wird Abart als exklusive eigenständige Marke platziert. Weshalb nur eine relativ geringe Anzahl von Fiat-Vertragshändlern in den Besitz einer entsprechenden Vertriebslizenz kommt. Das 1,4 Liter 16 V-Triebwerk wird in verschiedenen Abart-Versionen erhältlich sein. Die abgesehen von der zusätzlichen Leistung mit sportlichen Ausstattungsdetails wie größeren Bremsen, strafferem Fahrwerk und einer Dynamikfunktion, die schnellere Gaspedalreaktionen, ein sportlicheres Motorkennfeld und eine direktere Lenkcharakteristik erlaubt locken sollen. Darüber hinaus grenzen sich die einzelnen Varianten durch individuelle Exterieurgestaltung, beispielsweise in Form von Spoilerwerk, voneinander ab. Als Abart-Einstiegsmodell ist der Abart 500 gedacht, der mit 99 kW ab Juli 2008 in den Verkauf ging. Das Modell feierte auf dem Genfer Automobilsalon im März 2008 seine Premiere. Der Einführungstermin der Top-Version Abart 500 SS mit 117 kW erfolgte im Januar 2009. In der stärksten Version kommt ein in Kooperation mit Ferrari entwickelter 140 kW starker Motor zum Einsatz, der die Basis für die neu geplante Abart-Cup-Renn-Serie stellen soll. Dieser Abart-Assetto-Kurs wurde im Mai 2008 anlässlich der Millimiglia in Brestia der Öffentlichkeit gezeigt. Vom 500 Assetto-Kurs sollen nur 49 Stück bis Jahresende 2008 bei Abart in Italien gebaut worden sein. Punkt, 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 500 Sole. Ab April 2013 wurde die auf 1000 Exemplare limitierte Sonderserie Sole angeboten. Das Sondermodell war als Dreitürer oder als Capriolet, wahlweise in den Farben Sole Gelb, Passione Rot, Volare Blau, Cappuccino Beige oder Carrara Grau erhältlich, GQ. Ebenfalls 2013 kam ein Modell mit der Bezeichnung GQ und dem Motto Style Hunter auf den Markt. In grau-schwarzer Zwei-Farben-Lackierung mit orangefarbenen Kontrastdetails wird das Modell als maßgeschneidert für den modernen Gentleman angeboten. Satinierte Chromdetails und 16 Leichtmetallfelgen sowie Seitenschweller und ein Heckspoiler unterstreichen das sportliche Erscheinungsbild, das sich im Innenraum durch eine schwarze Lederausstattung mit orangefarbenen Nähten und Logos versehenen Elementen vom Serienmodell absetzt. Die für dieses Modell angebotene Motorenpalette erstreckt sich vom 0,98V Twin Air über den 1,28V bis hin zum 1,416V. 500 Erdgas auf dem 80. Genfer Automobilsalon Im März 2010 wurde das Konzept eines erdgasbetriebenen Fiat 500 1,4 Natural Power Turbo vorgestellt. Dieser verfügte über einen 1,4 Liter Erdgas-Turbo-Motor mit 85 kW. Ein Jahr später ebenfalls auf dem Genfer Autosalon wurde das Konzept eines erdgasbetriebenen Fiat 500 C vorgestellt. Seit Sommer 2011 wird der Fiat 500 und 500 C Erdgas-Turbo in einer Kleinserie in der Schweiz verkauft. Er ist ein Marktangebot der Erdgas-Mobil AG, einem Unternehmen der Schweizer Erdgaswirtschaft und der Gasverbund Mitteland AG. Der 500 und 500 C ist mit einem 2-Zylinder-Twinder-Motor ausgestattet, der 63 kW leistet und den Wagen in 11,5 Sekunden auf 100 km pro Stunde beschleunigt. Die CO2-Emissionen betragen etwa. Das Fahrzeug ist mit einer manuellen Fünfgangschaltung oder dem automatisierten Schaltgetriebe Dualegy lieferbar. Die Reichweite bei reinem Erdgasbetrieb liegt bei 300 km, mit dem zusätzlichen Benzintank bei 1000 km. Fiat 500 T Nachdem seit 2009 in Deutschland ein Umbau von Carabac als Carabac 500 T erhältlich ist, hatte der Fiat 500 T auf der LR Autoshow 2012 seine Premiere. Fiat bietet den 500 T derzeit ausschließlich in den USA als Elektroauto an. Er wurde vor allem wegen der dort geltenden strengen Umweltauflagen entwickelt. Der 500 T hat eine neu gestaltete Frontparty und überarbeitete Seitenschweller, Radkappen und Heckspoiler sowie neue aerodynamisch gestaltete 15 Zoll große Räder. Die erste Produktionscharge war nach kurzer Zeit vergriffen. Das Auto ist bis 2014 ausverkauft. Auszeichnungen 2007 Leserzuneigung der Zeitschrift What Car Anführungszeichen Punkt 2007 Car of Aire 2007 2007 City Car of Aire 2008 Europäisches Auto des Jahres 2008 2008 Beste Stadtauto 2009 World Car Design of Aire 2009 Beste Stadtauto 2012 2007 2021 2010 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2020